Soho, willkommen zu Let's Play Persona 4. Ja, wie ihr merken könnt, hat das Lloyd ein neues Mikrofon. Äh, ist besser, so wie ich finde. Und es spielt sich auch besser an, deswegen können wir hier weiter schön LP'en. Ja, so, also, wir sind ganz schön geschafft, weil ich hab trainiert auf dann ganz schön viel und hab Persona eigentlich gar nicht mehr gespielt. Tut mir leid. So, ähm, wir benutzen dann einfach mal. Äh, wo ist das blöde Item denn jetzt? Äh, ist das hier irgendwo? Hm, ja. Moon, äh, Tsukuma. Ja, keine Ahnung. Kann man das einsetzen? Okay, das kann man nur einsetzen, wenn wir dann verloren haben. Das heißt, wir gehen jetzt so in den Kampf rein, wir werden natürlich verlieren. Aber, wir werden ja wiederbelebt. Und unsere HP werden ja aufgefrasht. Naja, wir öffnen das Tor. Weil ich will keinen Tag eigentlich verlieren, wo ich irgendwie so verliere. Also, ne, ich will keinen Tag verlieren, wo ich in einem Dungeon was schaffen will. So. Denn jeder Tag in Persona 4 ist für mich sehr wichtig. Wenn wir das jetzt geschafft haben, dann haben wir ein bisschen, ein paar Freitage. Okay, aber jetzt gehen wir mal zu Persona 4. Aber, äh, Entschuldigung, man muss auch noch ganz kurz unterbrechen. Ich hab mal ne Frage an euch. Ähm, das Lott guckt gerade wieder Animes. Und er guckt gerade Hunter x Hunter. Meine Frage an euch ist jetzt aber, was guckt ihr so für Animes? Denn bei Persona 4 ist das Genre schon ein bisschen so, ähm, ja, so verbunden. Weil das ja auch ein Anime-Style-Game ist. Und, ähm, ja, ist halt Japano-mäßig drauf. Und Japan und Anime, das passt. Ich wusste es. Es gibt zwei von ihr. Und, ähm, ja, so verbunden. The Lord. So. My head's getting crowded here. Why don't you and I go somewhere else? A land far, far away where no one knows me. If you're my prince, you'd take me there, won't you? Hm. Oh, diesen Kerl. Uh-huh. Uh-huh. Ja, ähm, anscheinend sind ihre wahren Gefühle, dass sie das gar nicht mag, so, dieses Manager-Ding, das gesamte Inn, was ihre Eltern führt und sie dann übernehmen wird, und ja, keiner hat sie gefragt, ob sie das müsste, äh, ja, dann... Ja, dann, ähm, verdeutlicht sie das noch, indem sie sagt, so wie, ähm, ja, keiner hat mich gefragt, wo es geboren werden sollte, oder so, es wird einfach da und werde hier wohl auch sterben, ne? Ja, sie will weg, aber Hauptsache, irgendwo weit weg, aber nicht hier. Ja, sie kann nichts allein schaffen und sie denkt, dass sie komplett, ähm, ja, unnutzbar ist. Stopp, please stopp. Nutzlos ist, nutzlos, Gott. I have no hope if I stay, and no courage to leave. So I sit on my ass, hoping that someday my prince will come. I don't care where we go, anywhere's fine, as long as it's not here, I don't give a damn. Historical tradition, pride of the town, what a bunch of bullshit. How dare you? That's how I really feel. Isn't that right, me? No. Stopp, don't say it. No, you're not me. Oh, this feels wonderful. It's building, more and more. If this keeps up, I'll, I'll... Hm? Hahaha. What do we have so messed up? Hm. Yeah. Ah. Ah. Yukiko. Ah. Ah. We have to stop it. That girl's in danger. We know. It's all right, Yukiko. Just hang in there. We'll save you. So. Und dieser Boss ist für mich sehr, sehr beschissen. So, okay. I am a shadow, the true self. Hm? Now, my prince, why don't we dance and make merry together? Hang in there, Yukiko. I'm right here for you. Oh, really? Then I'll make sure to give you plenty to deal with. Yosuke barely has any health. Um. Wir haben die Persona gerade weg. Frost. Das ist ein ganz guter Yosuke. Obwohl wir auch gegen Frost, ähm, ähm, äh, gegen Feierseer, ähm, unfällig sind. Aber... Okay, das ist schade. Ja, machen wir sie weg. Ich bin eigentlich schon sehr hober Power. Ich hab ganz schön wenig mehr. Ich mach einfach weiter mit den Kontakten. Ich weiß nicht, wenn ihr es gleich gehalten wird. Oh. Ha. Ja. Auch weiter. Komm! Persona! So... Haha! We're not done! Come my prince! Okay. Machen wir die... Ah, sie rufen fast. Stürmen die ganze auch noch. Ja, wir löschen jetzt den Finsen hier aus, so dass er wie stark ist. Oh. Okay, jetzt mach ich auf alle beide, glaube ich. Ja, schön. Schade. Schade. Ähm. Wir wollen weiter. Geht unten auf. Ja. Wir haben uns Hefte abgezogen. Aber wir werden jetzt sterben, mehr wahrscheinlich. Ach, schön, er heilt. Wow. Gloske. Alter. So, er heilt sich jetzt leider. Ich hoffe, dass mir jetzt der Shadow von Mikiko angreift. Ja, Dankeschön. So. Ja, es ist gut. Dankeschön. Dankeschön. So. Und jetzt geht der Kampf richtig los. Ich habe nämlich auch eine Persona und ich benutze sie jetzt für, äh, Icebreak. Oh, nee. Nur das. Ich weiß nicht, ob das ist jetzt okay. Ich hoffe, dass es jetzt für Icebreak ist. Ach, schade. Ich bin auf dich. Persona! Ah, so. Ja, komm mal. Persona! Ja, wie ihr sehen könnt... Oh, oh. Oh, nein. Chiechan ist down! Das ist nicht gut. Okay. Oh. 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 Ich werde mal wieder mit der Fuck-e. Oh, das ist ausgewissen. Oh, das ist gut. Oh, das ist gut. Leute, wie du gerade fliehen kannst. Oh. Oh, nein. Was ist denn da? Ah, die shit. Ja, das wird klar. Oh, shit, shit. Attack down, oh. Ja, okay. Terror Wars? Scheiße. Okay, aber jetzt können wir, ähm, ja, Steckattacke machen, weil jetzt ist er immun. Dann haben wir jetzt eine Doppelattacke, mit den 1. Attacke mit Mapp. Ja, können wir einsetzen. Dann können wir es wieder am Mapp machen. Also ein Team. Okay, komm, wir beenden jetzt hier. Das war's für mich. So, 3.000 Yen bekommen. 575 Erfahrungspunkte, aber das ist für uns nix mehr so. Muss niesen? Glaub nicht, nee. Der Boss war sehr einfach, also, er war tausendmal schwerer, als sie ihn noch in Erinnerung hatte. Na, ich hab auch sehr, sehr viel trainiert. Yuki-Ko! 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 Are you hurt? No. I'm not. We understand. You're not the only one like that, Yukiko-san. Everyone has something they can't show to other people, or don't want to admit to themselves. Yuki-Ko! Oh, I'm sorry. I was so self-centered that I never understood what you were going through. I'm your friend, and I still... Oh, I am so sorry. Aww. Chie. I was always jealous of you, Yukiko. You had everything that I didn't. That jealousy was like a wall, and I was so lonely. I wanted you to need me, but it was me who needed you. I can't do anything right on my own. I've caused so much trouble for Yosuke and the others. Okay. If you... you weren't by my side, I... I wouldn't know what to do. Chie... I never saw the real you, either. I was too busy trying to find an easy way out. I want to run away. I want someone to save me. You're right. Those feelings are part of me, too. I understand now. You're me. Yeah. Huh? And here comes your own persona. I think she's really weak. No! Yukiko! Are you okay? Are you okay? Yes, I'm just a little tired. You all came to rescue me. Of course! Thank you. No, don't even mention it. I'm just so glad you're safe. Okay. Right on. Yep. Let's go. So! Who threw you in here? Huh? Who are you? Rather... What are you? I'm Teddy! So who threw you in? I don't know. I think... Someone called my name. But... My memory's a blur. I can't remember who it was. I'm sorry... Um... Teddy? No new clues. Not necessarily. Now we know for sure that someone threw Yukiko-san in here. Hmm... And it really isn't you guys. Yeah, we're so nice. Just joking. You little... You're one lying sack of honey. Anyways... Let's hurry back home. Yukiko looks exhausted. Thanks again, Teddy. Danke, Teddy. Huh? Wait, you're leaving me here?! Leaving you? What are you talking about? You live here! Well... Yeah, but... I'm sorry, Teddy. I promised to come again. So be a good boy and wait here until then. Heh heh. Oh, Mum. Oh... Come on! Pretty, please! Ah! You're giving me the creeps! That's it! You're stuck here for the rest of your life! Heh heh heh. Oh... Aber cool. So... Da müssten wir jetzt eigentlich... So, so ankommen, oder? Ne... Yukiko! Are you alright? You're not hurt anywhere, are you? No. I'm just a little tired. Oh, schmüdi es normal. I'm sorry, but... I don't remember anything. Well, no worries. You're safe, and that's more than enough. But there's no mistake that Yukiko-san was, um, attacked the same way as the last two victims. And I think the one we saw on the Midnight Channel wasn't the real Yukiko-san, but her shadow. Maybe the things Yukiko-san was suppressing in this world took form in the TV. Hmm... I... You know, Teddy was saying something like that. Ah, it's no use. I'm just going round and round in circles. What kind of person could be doing this? Yeah, we can go over it some other day. Yukiko really needs to get some rest. I'll take... Oh, that's right. Sorry. Yukiko-san must be exhausted. No lie, Josuke. You mean it's just fine. We'll talk about all this some more, once she gets her strength back. Sure, man. We need something to take. Bro... Okay, now we have to wait until Yukiko is back again. Uhmm... Yeah. He's home! Um... Hello. Aww. Hi there! Baskitiko. We got off work at the same time, so I'm giving him a ride back to his place. I thought we might as well swing by. Nice to meet you. I'm Adachi. The guy who's been your dad's slave since spring. I can still work you harder, you know. Haha. A good one, sir. Oh! I almost forgot! You're friends with Yukiko Amagi, right? Yeah. They've found her safe and sound. Tell all your friends at school. You already know things here. Huh? Really? Is this yesterday's news? Haha. Glad to go. But, this doesn't mean the case is closed though. We were just questioning Miss Amagi. But she says she doesn't remember anything that happened while she was missing. And we can't figure out her whereabouts during the missing period either. It's like she really disappeared. It's all pretty fishy if you ask me. Like there's something else going on. That is nix. Ow! Stop blabbering, dumbass. Yeah, and he should just laugh around, right? Sorry. Ignore him. He's just spouting some wild fantasy. Let's see. We'll say that very directly. Hmm. Yeah, I know. Anyway, don't mind him. He can be a real pain sometimes. I'm hungry. Oh. You're right. My stomach's growling too. Haha. So you do have a softer side around Nanako-chan, sir. Shut up and sit down. And wash those hands first. I should do the same. I like this game. Ah, funny. I like this game so much. Hmm, okay. Yeah. Yo, what's going on? I realized this is sudden, but... I'm Margaret. We met at the Velvet Room the other day. Okay. There is one important point I forgot to warn you about. So I thought it best to contact you immediately. Okay. The bonds created through social links are another important means of strengthening the powers of your persona. Though you may be pressed for time, devoting yourself to battles, do not hasten heedlessly through your days. And remember the importance. Please remember that. Yeah, she says we need more social links. That means to be friends with people. And, um... Yeah, um... We're going to find new friends. Which will help us to strengthen the battles. We're going to find new friends. We're going to find new friends. Yeah, what's going on here? The... 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 What's going on here? hier. Ja, gut. Ja, okay. Mal sehen. Ach, ich liebe die Lieder hier. Wir können jetzt was mit Joske machen. Das ist doch cool. Ich glaube, wir machen auch was mit Joske. Aber ich glaube, wir betreten jetzt einen Sportclub. Danach machen wir verschärft was mit Joske. Weil wenn wir ihn nämlich, ähm, ja, sein Social Land Max bekommen, dann geschieht noch was Besonderes. Aber das werden wir erst später sehen. So, wir wollen kurz sehen, wo die Sportclubs sind. Warte mal kurz, reden wir mit verschiedenen Leuten. Denn wir können hier noch Quest bekommen. Ich glaube, die einfach ganz schnell an, ne? Weil ich bin jetzt hier jeden Zehnten auf Englisch da ist Nachsynkondition doll, ne? Ah, da sind die Sportclubs. Ah, da sind die Sportclubs. Okay, jetzt habe aber ein bisschen Sportclubs gefunden. Ähm, gehen wir hier lang. Herzbl explained. okay. So, okay. Hm, Fussball.. oder Basketball.. ähm.. hier gehen wir nach dem Anime. Und da, ähm, machen die gerade Basketball.. oder haben ESkelba anat. Ich muss mir gerade mal überlegen, was besser wäre. Basketball. Ich hätte viel Basketball gemacht. Fußball hatte ich schon in meinen ersten One, wo ich Persona 4 durchgeführt habe. Und das neue Spiel war gut. Ja, wir haben hier ein neues Team mitgelegt. Ja, das ist schön, das kann zu lernen. Ja, wir müssen nur gucken diesmal. Hey! Yo, was geht? Oh ja, ich bin Koechijo. Ja, wir haben sehr interessant. Ich bin tot. Ja, das ist der neue Typ. Ja, ich habe schon ausgetun. Ähm, Austauschstudent. Genau. Daisuke Nagase. Nice to meet you. Schön, das auch kennenzulernen. Ja, ja. Aha. Ähm, so. So, was machst du? Ähm. Haben wir schon Basketball gespielt? Oh, wir sagen, wir spielen ganz viel Basketball. Wirklich? Ja. Und wir sind jetzt Freunde mit denen. Oh, wir haben jetzt eine Persona, glaube ich. Oh. Oh. Warte. Wie ist das Persona? Ist das nochmal? Strange, glaube ich, dass die mit mir überhaupt mal anders. Oder? Doch. Hä? Okay. Nein. Ja. Wir kommen uns Dienstag, Dienstag und Samstag. Und bei Regenstagen, ähm. und natürlich wo die Examen kommen ist auch nix so hier mit Best Friends Komm, es hilft natürlich Hä? Das helfen dir Komm, wir sind natürlich freundlich, ne? Ja, ganz so aus, ne? Okay, ähm, na, guck, die hat wohl nix so aus zu reden, ne? Wir gehen oben in mein Zimmer, denn da? Ah, wir können sich aus nem Job auch suchen, na gut, 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 gut Was machen wir dann am nächsten Tag? So, wir können aber, glaub ich, hier dann ein bisschen lernen Ja, komm, lernen wir ein bisschen... Ja, so... Ja, und wir sind größer geworden Kleinen Vieh macht auch Mist Sooo... Sooo... Ja, da ist immer hier so, ähm, die ändern einen noch so, mit wem man noch was machen kann an diesem Tag Das ist ja cool, find ich so ein, ja... Tag Oh, oh oh Ah, oh no, wait, my name is Mist Oh, I'm just close to your lord Oh, oh... What? Oh, god Oh Gott, M.J. Millenium. Äh, ich hab lauter viel mit. Oh Gott! Scheiße ey, äh... Ich glaub das ist es. Mit Doppel-N Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Scheiße, sorry Joske! Naja, wenigstens haben wir nicht die Polteranfahrt gebracht. Ja. So, wo war Joske? War... Oh Gott! Ja, was geht? Warte mal nochmal, komm kurz rein hier. Ja, ich glaub noch mal was geht. Dann ist es gelaufen, oder? Du gehst mal ne Quest? Oh Gott! Bekommt mal keine Quest von euch? Denn wir müssen dann in den Dungeons meistens einen bestimmten Gegner killen. Oh Gott! Oh Gott! So! Digga! Wir kommen wohl erst später in der Quest. Schade! So, ähm... Ich glaube das war Joske, oder? Jupp! Yo! Klar Joske! Wir machen mal... Let's go! Oh! Oh! Ich hab' die alle dran... Ich hab' die alle dran... Okay, die reden... Ah, er ist von Junest... Oh ja, genau weiß... Cooler Richtig, ne? Ich hab' die Zartung dran... Oh, du bist ja... Ich hab' die Zartung dran... Oh, du bist ja... Du bist ja... Ich hab' die Zartung dran... Wir haben jetzt ein Wettbewerb bekommen. Katsching! Jetzt wird der Rang. Ja, gehen wir mal von andersrum. Okay, let's head home. Okay, dann eben rausgehen. Okay, so. Ich bin da. Was geht, kleiner? Ja, okay. Geht wohl nicht so viel sowas bei dir, ne? So richtig so irgendwie, ne? So. TV. Nix. Ja. Ja. Lernen wir ein bisschen. Lernen bringt sehr viel eigentlich schon hier. Ja. Einen kleinen Tick flügel geworden. Bei Regen glaube ich, können wir in der Büßerei gehen. Da können wir mehr lernen sogar. Ja. Ich glaube, Jasky wird auch was machen, ne? Oder, ne, die Sportveranstalt machen. Genau. Na, vielleicht sollte ich überhaupt so was damit machen. So. Okay. Ähm, warte mal. Go into town. Wir haben so ne, ähm, Schnellleiste, wo wo man gehen kann. Ähm. Du neust nicht? Nee. Ähm. Genau. Stimmt. Du neust. Regen ist der hier nicht? Schade. Hm. Wir fangen erst in den Regen erstmal klar an. Der drehen ist immer kurz. Hier hin. Ich glaube, hier können wir jetzt einen Job annehmen. Können wir nochmal einen Job annehmen? Ah, genau. Ah, können wir noch keinen Job annehmen. Dachte ich, schaute. Nee, warte mal. Was ist das hier? Und gehen wir dann. Mal zu Jeunesse. Das ist auch nicht. Mal zuerst hauen. Und gehen wir jetzt mal wieder zur Schule. So, was auch rum. Mal zuerst gehören. Was ist da? Auch hier gibt's Dick. Ja genau, hier wäre Resolenter. Aber... Ja! Machen wir das halt... Sportveranstaltungen wohl. Ah, was gesteigert. Ich glaube mal, die war das erste. Okay. Das war glaube ich nicht richtig an, weil das halt noch aus dem Anime. Hey! Aha. Aha. Hm. Er ist wohl sehr beliebt bei den Mädels. Das ist ja bei Götter Dothform. Also bei Götter Dothform, oder? Heeeh Was ist das? Ja, er mag so nicht, wenn er halt irgendwie so gesüßlich behandelt wird, so auch der, so zum Beispiel, wenn es mir zu mir sagen wird, auch der kleine Slut ist ja voll süß, wird auch nichts zu finden, denke es. Aber ich glaube, die meisten, die ein bisschen Englisch können, werden hier nicht so ein Problem haben, so stehen, was so geschieht hier. Hm, was los? Oh, man, dummes Langweil ist, Namako. Lang haben wir jetzt schon aufgenommen? Oh. Ja, 20 Minuten haben wir noch Zeit, dann beende ich den Part. Wir lernen noch ein bisschen, ne? Yay, klüger geworden. Und noch ein bisschen klüger geworden. Schön. Ich glaube, weil es geregnet hat. Okay, wenn es der Regen des. Ah, ich glaube, jetzt kommt Jaske wieder. Komm, Jaske. Danke, Jaske. Genau. What's up? Klar. Wir machen was, Digga. Oh, shit. Ich bin zu müde, bin zu müde, ähm, ja, ein bisschen sehr schillig gerade. Ich glaube, am Samstag, oder Sonntag können wir auch mit Jaske machen. Wir machen das nur auf anders hin, weil Sonntag hat ja keine Schule auf, ne? Aber Samtag hat die Schule auf, was schon eh wie krass ist. Äh. Samstag Schule, das hätte ich so voll gehasst. Oh, wie war ich hier? Oh, baby, I need your love. Lookin' so deep. Like man in Street life. Yo! Yo, was du also. Alright! Yo, was das ist Trosken? Oh, hey. Hey, hey. Hey, hey. Hey, hey. Hey. Hey, hey. 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 Da guckst du ein bisschen... Gott Gott Spam 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 Ja, er hat wohl so viele Freunde und wird zugemüllt von, äh, ja, von, ja, irgendwelchen anderen Leuten, die es mögen, dass Joske, äh, der, äh, der Semi-Chef, Semi-Millage-Chef. Weil Jeunesse hat eben auch, ähm, so einen Ruf, dass sie kleine Läden vertreiben. Achso, ja, jetzt kann auch Joske was in Battle's mehr machen. Das ist auch cool. Ja, ja, Nanako. Du bist langweilig geworden, Nanako. Was ist los mit dir? Bisschen mehr Energie hier. Lernen, lernen. Na, cooler geworden. Immer schön. Werden hier noch so Intelligenz-Bestie. Im Regen treffe ich mich nur mit Dings, ähm, aber warte mal. Ja, endlich. Schön. Wir können jetzt, ähm, ja, kleinen Jobs übernehmen. Oh, das ist schön. Oh, nein. Oh, nein. Schmiss, schmiss, einfach mal vor. Schmiss, einfach mal das nicht. Oh, sorry. Ähm, ja, ähm, ähm, sorry. Ich bin sowas ganz schlecht und ja. Endless. Ups, Nan, ist das? Ja, genau. Oh, nein. Ja, klar. Oh, nein. Mh, nee. Und dann auch. Auf, nein. Du musst nochmal hin. Genau, und da hin. Ey, Tappenstöcke! Warte mal, können wir Bücher kaufen? Ja, kaufen wir uns! So, und jetzt können wir ein Buch an und so verlesen. Das auch gut ist, ich glaube, dass wir uns mutiger machen. Jetzt können wir einen Job annehmen. Warte mal, muss doch mal erst sehen. So, das macht, äh... Kannst du jetzt einen Vorsen machen? Wenn es später ist. Ähm... Hä, ich helfe die Spielung zu steigern. Ähm... Ja, die ne, ja. Kann man noch eins? Okay, ja. Neee... Ja, aber kann man noch. Ja, okay. Komm noch das Stand Day her. Ja, kann man es nehmen? Okay, jetzt kommen wir aufs Arme. Ja, was geht noch? Ja, was geht noch? Ja, was geht noch? Ähm... Na... Das sind die anderen? Buss? Take the bus in the shop in this way. Wir sind hier auf den Torn. Wir sind nicht auf Monday, Friday. The bus in the shop in this way. Achso! Wo ist jetzt hier der... Bus? ... Hm. Was geschlossen? Nee. Wart mal drauf. Können wir nicht mit bisschen Glück was geben? Schau. 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 Ich glaube wir müssen einfach... Schau. 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 Genau, die fahren machen. Oh nix. Geh mal zu Süden? Wo fährt er im Boss Flank? Das war ein bisschen falsch. Ah! So, wir müssen arbeiten. Die Arbeit habe ich noch nie gemacht. Ich habe mehr die Arbeit gemacht, die man abends machen kann. Wenn man nach Hause kommt. Was auch cool ist. Ja, cool. Ich bin wohl Assistent für den Kindergarten. Okay, wir haben ja ein understanding. Komm. Oh, Yukon. Oh. Oh. Thanks for taking care of him. Ja. Ach so. Ach so. Ich habe das Stiefmutter immer so. Ja. Ah, er ist wohl so ein Unruhestifter. Cool. Ach so. HM-Jes. 25 00. 24 00. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 5. 5. 4. Das Buch hat 1.200 Euro, bei uns kostet es ein Buch, sagen wir mal, 10 bis 20 Euro. Das heißt dann so, 5 Euro würden wir für diesen Job verdienen. Na, wir lernen aber jetzt nicht mehr, denn wir können arbeiten, oder? Machen wir das jetzt? Oder was haben wir hier? Ein Sofa? Wir können diesen... Wir lernen, wir arbeiten hier ein bisschen jetzt. Lesen können wir noch später, aber wir müssen gerade das hier auch gut steigern. Na, schön ruhig hier. Hm, ja. Gehen wir die Arbeit. Machen wir schneller. Oh, cool. Bisschen besser gegangen. Uh, 2.000 Yen. Oh, schön, schön, schön. Oh, wir haben jetzt 6.000 Yen verdient. Ja, meinen Tag. Na, schön. Wir können ein bisschen nach draußen. Und die Wand, schade. Ah, oder doch. Ah, nee, es passe. Nee, nee, cool. Ich denke, wie kann man das mit Joske machen? Oh, bitte, bitte, ey. Was geht, Nanako? Ich fühl mal jetzt, was du brauchst, ne? Den nennst du, wie Nanako, die nur von Fernseher hängt und irgendwie so nichts macht. Oh, schönes. Komm, da wartet unser Kumpel. Yes, wusste ich doch. Yo! Gehen wir irgendwo hin, ey, Digger. So. So. Ja, wir haben Sinn, es ist billiger. Was geht, Kleines? Ja, wir haben uns wieder um die Angelegenen gekümmert. Und die Mädchen versuchen uns zu verarschen, glaube ich. Ah, bitches, bitches. Tschüss. Der arme Typ, ey. Sorry. Ja, es nervt Joske. Ja, ich bin schon aufgeheitert. Ja, ich bin schon. Ja, ich bin schon. Ja, wir sind zurück, ey. Ja, ich bin schon. Ja, ich bin schon. Ja, wir sind immer viel so eine besondere Person, mit der ihr überall drehen könnt. So ein Best Friend, so ein Best Friend. Keine Frage ist von euch, habt ihr auch so was? Habt ihr auch so einen besten Kumpel, mit dem ihr überall drehen könnt? Wo du es mal erst interessieren. Alright! Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.